so hallöchen und herzlich willkommen zu einem weiteren internals cast mit meiner wenigkeit und dem guten dass denn so direkt back to back zwei tage hintereinander pause hier direkt ja wie geht sie das denn hast du hast du gut geschlafen bist du mein toster ist im arsch gegangen beziehungsweise dachte ich das und dann habe ich erst mal gemerkt dass nur die sicherung rausgeflogen ist und da war ich ein bisschen glücklich aber auch traurig weil der kühlschrank eine stunde aus war so läuft das leben ja so heute sind hier tatsächlich irgendwie alle überpünktlich bin ich überhaupt gar nicht gewöhnt dass hier 20 uhr angesetzt ist und drei minuten vorher alle teams in der lobby angeordnet und breitend und wenn man auf mich warten muss hier das ist weiß nicht ob das jemals schon mal vorgekommen ist ja also wir haben ja gestern schon evolution in action gesehen die haben tatsächlich auch drei games hintereinander ihre internal games zu spielen morgen auch noch mal das letzte spiel gegen game boys ansonsten ist es ja die teilgruppe jeweils evolution und teams haben ein teil ein unentschieden schon gehabt während dessen game boys und 72 jeweils schon zwei unentschieden gespielt haben also ja mal schauen jemand der hier heute 2 0 gewinnt der setzt sich auf jeden fall so ein bisschen ab natürlich dann das finale game noch entscheidend aber ja heute die punkte extrem wichtig wieder für die playoffs und evolution gestern wir haben es gesehen im zweiten game absolut überragend den ersten game wo ich noch nicht gekastet hatte da ging es nicht so gut mal schauen welches evolution wir heute sehen dieser eine punkt gestern aber auf jeden fall sehr wichtig für sie ja die vielleicht wenn es wirklich an dir lag dann haben sie heute zwei games das glück dann weiß auf ihnen das hilft okay wird schon eine rallye geschrieben dann machen wir auch ansonsten haben wir diebs auf der blauen seite und evolution auf der roten seite liebs hatte seitenwahl und sich für blue entschieden und ja ich bin gespannt was hier da geht es direkt los evolution das bessere game auf der roten seite tatsächlich gehabt ja stimmt in der jungle der viego ich denke da erwarten wollte auf jeden fall zwei games mit carry im jungle nachdem der maokai nicht so gut geklappt hat der maokai wird hier noch interessant für j so ein bisschen sein main champion der jargon mit dem patch 13.17 der natürlich frisch aus dem ofen ist gaudry kann noch mal ein bisschen helfen ich glaube ich habe das auch noch mal show dann wurde noch mal gebufft ja also also bruiser und carries jetzt auch jungle top lane sehe ich hier noch ein ticken weit verfahren ja also jargon denke ich auch potenzieller first pick jetzt mit dem neuen patch wo beide seine items von dem von dem argorien bild und wie sie mit gebufft wurden der war davor schon stark ist jetzt glaube ich noch mal stärker würde mich nicht wundern wenn wir den hier entweder gepickt oder gebannt sehen ansonsten gragas und melfait von deeps auf seine seite kaiser und thrash ausgenommen kaiser denke ich solider first pick thrash glaube ich ein target bahn genauso die anivia jetzt ja auch was wird polter hier gehen gestern auf den xera hat ein schwieriges game gehabt dann auf den yon performt wobei und ja immer so ein pick ist der man antwortet so ein bisschen mealy denn man braucht diesen ap ausgleich den man gestern mit dem six hatte von daher ja bin ich gespannt welche picks man hier early dann einloggen wird ich denke wie gesagt jungle wird hier beiden seiten er früh gepickt das ist raus jetzt bin ich gespannt man ja da ist der jargon eine überraschung denke ich kommen wir jetzt hier direkt mit sowas wie poppy was ja so eine bekannte antwort das einloggt oder ob man sich treu bleibt und die erkenntnis von gestern ausspielt dass man einen carry jungler haben will das tut seine eigene freshbar natürlich so ein bisschen weh auf support position immer noch die nummer der nummer eins support pick der jargon das leben schwer macht poppy hast du gerade erwähnt ja der klassische jargon counter kann auch noch theoretisch auf support positionen geflext werden ich bin dann ein großer von fan von nikki x ist ja so ein bisschen berühmt dafür aber jetzt löst man den flex direkt auf beziehungsweise ist sie ja richtig poppy kann auch noch top lane gehen die wir gestern im interview gehört haben ja die ist ja auch noch offen die picke ich einfach mal mal schauen ob sie jetzt besser funktioniert als gestern ja auch xaja aber natürlich sehr sehr stark gegen und man geht hier schon mal davon aus dass das poppy jungle und wel support ist uns natürlich xaja braum dass sie sehr gute antwort dagegen wenn die gegner in sich reinlaufen wenn sich die beiden champions sehr sehr wohl das sind ja auch ohne groß nachzudenken direkt eingeloggt und scheinbar sehr ready und jetzt ja könnte man hier mit einem adequate nehmen und löst den fix direkt auf man pickt die komplette topside und da ist direkt der orn der auch gestern beide spiele gewonnen hat also richtigen ja und jetzt kann man hier noch zwei und konnte raus wenn die sache ist es gibt sehr viele champions die gerne gegen ordentlich noch eine art rox band kommen wobei art rox wird ja auch glaube ich ja verändert oder verändert also genau passiv und w machen sollte magic damit ist im early game ist tatsächlich ein buff aber im late game natürlich wenn du dann am open items hast dann als würde ich etwas weniger mit der passive und die w-stack blick lieber nicht aber im early game wenn man amour steck gegen atrox dann macht er tatsächlich jetzt mehr damage erst noch am anfang und man hat artox noch offen lassen gegen das ding also für mich hier ein bisschen fahrlässig ja ist noch ein bisschen schlimmer als eine art rox vielleicht aber es ist der most played champion den man so oft schon gepickt hat auf seiten von diebs und da erwarte ich jetzt eigentlich schon artox mal schauen ob es der wird jetzt muss man allerdings erst mal noch ein pick zeigen auf seiten von evolution ja man nimmt hier wombo combo champs raus das hat ja auch gestern sehr gut funktioniert mit also mf und ori wohnst du nicht gespielt aber die die old comms haben sahen sehr stark aus und deswegen mit mf und ori nimmt man hier noch zwei starke und für die heavy cc die man jetzt hier schon hat und frontline mit heraus gespannt jetzt wird man die wahrscheinlich genau edc picken varus auch eigentlich nie verkehrt oder wenn man schon gerne im bordland sieht und nicht hart auf range wird wieder noch mehr engagement und durchaus follow up also merks sehen auch hier jetzt schon sehr sehr attraktiv aus für diebs ich bin gespannt was man jetzt hier ja mal gucken ob es einfach der aatrox wird und dass man dann mittleren blind pickt sind irgendwas controlmage lastig ist hier für den guten somenix hat er gerne auch schon aus der missel ausgespielt da ist natürlich eine gute kombi sehr sehr großer fan von ja man sieht drei milis und den short range immobilien edc da ist sowas wie darius nicht verkehrt das könnte man auch so was ich versuche mit cassio blind picken will aber wäre hier auf jeden fall auch nicht wird nicht schlecht 6 ist da denke ich dir deutlich safer blind pick und damit würdest du 66 jahren natürlich auch eine lustige combo wenn man kein flash hat dann jeden fall war es das in der regel so jetzt brauchen wir noch eine mitlehn antwort gegen diesen 6 natürlich willst du in diesen push beantworten vielleicht ein bisschen mehr ja dass er den 6 auch in der lane unterdrück setzt vielleicht sind schon das ganze week kann man da schlecht umgehen aber man geht wieder für den xerath gegen einen javan darius braum das ist hier ball sie ja also gegen braun darius denke ich nicht verkehrt aber du hast recht also gegen javan 6 wenn ich das auch sehr sehr mutig weil sobald man einmal kein kein flash hat oder out of position ist wird man hier in der javan und sofort gefangen und kann es nicht mehr werden im lost von gestern im ersten game hatte nur hier und orne sind hier die anpassung gegenüber kassante und maoka im jungle und gestern hat es eben nicht gut geklappt der xerath kam nicht ins game man hat immer wieder skirmisches gesucht wo er nicht das richtige setup hatte wir haben wie gesagt bei mario der auch gerade hier vierzehn monate rein geshabt hat gesehen oder nicht gesehen von den kda gesehen wie xerath funktionieren kann absolut steil gegangen es ist ein guter champion aber er braucht eben dieses set up man muss ein bisschen vorsichtiger spielen muss smart spielen und auch der varus deswegen kannte ich das interview gestern so interessant wo bucker ja wirklich 3 1 auch gegen der captain stand aber nicht so wirklich nicht so wirklich den varus das auch spielen ausspielen konnte gegen diese heavy frontline gegen diesen heavy engage die man wieder gepickt hat auf der anderen seite diesmal aber natürlich in form von dieps von daher ja finde ich es mutig hier zu sagen man geht noch mal von der ähnliche kommt wie gestern in game nummer eins wo es nicht geklappt hat wurde jetzt noch ein bisschen härter geklappt hat diesmal ist es kein tank gegen tank wo kassante dich verkloppt sondern der darius und den hast du ja gerade schon thematisiert für mich wo man hier ja sehr sehr viel all in auch hat machte darius auch in der frontline noch mehr sinn ja also darius ging ich würde sagen vier der gegnerischen champions hier sehr sehr gut gegen xerath natürlich nicht besonders ohne flash goes kommt man an denen eigentlich sollte man niemals auf dem gleichen screen sein wie der xerath aber ansonsten kann hier wenn der einen reset kriegt und an orn poppy oder rel wenn passes decken kann kann es auf jeden fall schnell mal ganz schnell ein pentacle werden bei dem champion ja auf der anderen seite varus diesmal wird er nur von zig sword ranged alle anderen champions kann er durchaus hitten einigermaßen so wie das halt bei braun jargon möglich ist und xaja also vielleicht nicht ganz so schwierig wie wie gestern das game aber gegen six poke wird auch hier wieder sehr sehr nervig sein und ja die poppy hat hier auf jeden fall eigentlich nur einen job und zwar die die jargon combo dann im teamfeld zu zu interruption das ist eigentlich so der einzige engage von deeps aber dadurch dass evolution ja so viel hart engage hat kann man da wahrscheinlich einfach nach hinten kiten und nach hinten spielen ich bin sehr gespannt wie man das hier ausspielen kann mario hat jetzt wird schon im chat geschrieben xerath von wie nein ich meine ja also wenn er es schafft außerhalb der sich nicht darin zu lassen und sich gut positioniert und der darius nicht an ihn rankommt dann kann er hier im net game sicherlich das spiel in die hand nehmen aber da muss halt erstmal hinkommen die sind auch sehr sehr teuer mit rabadons mit dem pen mit shadowflame man hat gestern noch einen horizon focus drin gesehen also die items sind auch relativ teuer also man braucht hier wirklich noch ein bisschen zeit bis man die damage werte hat auch der orn pick into braun so glaube ich wenn ich so mal überlege da war darius da war populär dann zwei ja und dann ordnung zu braun picken ist auch da hat man aber sehr viel confidence in einem ich habe gestern noch mal die falls angeguckt mit der windfall wo war die wo war die denn gegen die seraphine ulti und zwar das ähnlich wie der braun hat man die nach hinten gesetzt und zwar blogs natürlich das ornhorn war es damit aber in der frontline schlecht gegen die seraphine die hast du jetzt hier nicht also da hast du eine war und vielleicht ist der gleiche gedankengang ja genau vielleicht nach hinten bei den das schild und dann kann war es fliegen natürlich auch nach vorne aber ja sind wir gespannt zwischen orn und braun die sintaktionen teamfights wird auf jeden fall ein keypunkt werden und natürlich auch die poppy ultimate die auch jeden fall wenn sie das richtige target trifft erst mal entscheiden kann sondern ja ich denke in sachen lanes und mitte und bot sollte relativ even verlaufen top lane muss der orn definitiv aufpassen und early respektieren da ist darius immer sehr stark orn kann relativ safe noch fahren vielleicht mit mit w und q aber fighten kann man den eigentlich nicht aber vielleicht mal den neue eros aufpassen einfach tp ignite hier gehen darius flash ja die sache ist wenn du dann einmal stirbst bist du gleich zehnmal tot weil du kein flash hast und von dem weg zu kommen ja das wäre schon mutig dann könnte ich auch den den makro dass der orn otp auf eu west machen und face rush mitnehmen das kann man auch machen und versuchen den zu kiten aber das ist ja ist auch vielleicht etwas nicht aber der also das ist glaube ich ja einer der besten orn spieler auf eu west der macht ist gegen gegen darius olaf mit der dann face rush mit so und wir sind das erste game zwischen die sport und evolution sport spieltag nummer zwei zweites game auch für beide evolution gestern das dritte game vorgezogen 11 ist hier name der gruppe mal schauen ob es wieder ein handshake wird oder ob man hier jemanden niederfisten kann falls man die fans scheint erst mal hier die early position zu sein ja ich denke in ruhen und sachen ruhen uns haben das bei jetzt ja auch nichts zu überraschend ist dem exhaust gut predicted von satschi mit dem extra cleanse noch dabei also da hätte ich mir lieber noch ein aggressives ignite gewünscht ansonsten booker mit dem flash ghost ist natürlich sehr sehr gut jedenfalls kann noch mal auch so und darius ein bisschen besser weg kalt ja ich glaube man hätte auch clans also hatte sowieso value gegen poppys dann war also von daher hast recht ist das exhaust vielleicht nicht ganz optimal seit man will vielleicht den darius dann exhausten im teamfight mal gucken aber ja sind davon denke ich als konkurrer auf javan ja doch das denke ich auch ist auch standard tatsächlich nicht gibt zwar ich bin dann glaube ich ein bisschen also vergrault weil ich habe ich habe ich habe zu viel lc geguckt und was malrung aka malware da die ganze zeit macht der hat ja irgendwie alle ruhen schon mal mitgenommen auf javan aber eigentlich ist ja schon der standard deswegen ja auch da wenn du waschung jetzt beide jungler starten hier mit portion also dann niemand confident zu sein den clear helfen genug zu schaffen dass man die 50 gold dann für den s base noch übrig hat aber das wird ja auch denke ich auch nicht verkehrt man hat die evolution hatte schon ein wort stellt an den gegnerischen blubber weiß also wo jace up hier anfängt auf der einen seite ein defensives wort stellt hat man vielleicht irgendwie angst von einem early in welt und ja wie es aussieht kann sich erst mal diebs auf der worte den push sichern top wenn sowieso darius im vorteil mit land ist relativ even soweit wird natürlich interessant wie willst du die wave spielen man hat auf beiden seiten sehr viel poke mit federn mit pfeilen und wir sehen dass javan sogar die wölfe hier skippt um früher auf der bot lane zu sein beziehungsweise auf der bot seite zu sein also poppy wird hier vielleicht die bots gattel dann verlieren mal schauen man geht jetzt hier früh schon in werden auch das natürlich auch eine möglichkeit wenn man hier den push auf der bot lane hat jeden fall man hat auch direkt die zweite brave gecrasht und so dass die weg jetzt unten zurückbauen das heißt es kann sein dass das hier geplant sind aber w von blazer somenic wird gestern von polter schöner route die e leider nicht in die wand die kamera geht nach oben ich gehe manuell drauf flash für flash somenic hält sich noch am leben eq ist jetzt aber vom jace up raus und der ist auch relativ low sera mit dem flash china vorne der damage reicht eben noch nicht ganz und die mine von somenic genug um sich zu retten ja und beide mit laner verlieren ihr flash bei den jongler verlieren flash ja überall würde ich sagen damit gutes play für evolution denn blazer hat hexerschmitt was objektiv der bessere sammler spell ist und damit hier der advantage ja poppy hat da leider den stand auf die wand nicht bekommen nach dem sehr guten pokéball von xerath deswegen noch mal knapp aber tu wie tu sah ehrlich schon mal sehr gut aus für evolution hier ja auf jeden fall gerade der roots sehr sehr schön vom polter noch gesetzt und jace up fielder eben auch relativ low die scuttle die ist jetzt so ein bisschen der profiteur überlebner noch lange da jace up aufgehalten worden ist im eigenen jungle ist jetzt krugs gegangen dann zu den raptoren geht jetzt noch mal zu den wölfen und entscheidet sich die top lane scuttle zu nehmen also gute adaption dann noch ob man durch den druck gemein und sagen ja ja beide können da jetzt allerdings noch nicht base gewesen poppy nimmt jetzt die scuttle hat die eigenen wölfe auch noch ab also ein bisschen awkward das perthing jetzt hier durch dieses early 2v2 aber ich denke dass er jetzt hier nichts kein zu großer vor oder nachteil für eine seite als resultat haben ja schon zwischen gang aller max versuch erfolgreich ein bisschen druck gemacht mal schauen jetzt mit lane hat man auch den extra tp backport von somenic hat sich ein tier gegönnt ist natürlich easy machbar aber lost chapter recall der ist natürlich dann schneller live für polter ja das wäre auch gleich potenziellen game gewesen bei 6 gegen xerath also ich weiß jetzt nicht 100 prozent ob man sich das verlauben kann aber ich könnte mir vorstellen dass man auch futures markets mana crystal machen kann in so einem match up um halt lost chapter zu ziehen und es wurde ein bisschen genervt aber ich glaube solange man also man kann vielleicht wenn man einst mehr verpasst dann muss man weiter also halt länger stehen also das ist schon nervt aber ich würde sagen einfach nicht missen die last hits und dann kann man das schon immer noch machen hier richtig ja das play better aber ja wenn das einer von beiden hat mit hatten der andere nicht und man hier das chapter hat dann hat er erst mal eine weile push was glaube ich schon das ausmachen kann weil 6 xerath ja sehr ähnliche champions sind die aber nichtsdestotrotz ich weiß nicht ob man den da für scuttle gesehen hat ansonsten ja ist er hier auf vision auf der anderen seite ist auch noch kein herald also sehr guter gutes objektiv taking hier für jsa diebs mit dem ersten drake ja jetzt nikki wäre schon gemacht cloud drake heißt auch die chancen stehen gut dass wir eine starke soul kriegen so lange es nicht kennt wird und sein eigentlich eine starke soul das heißt der erste drake ist umso mehr wert und gold ist zwar noch der tippen aber jetzt schon gar kein flash geht hier sehr greedy mal schauen ob er da gepanischt werden kann blazer ist unterwegs somit natürlich noch seine w notfall aber da ist blazer schon eh wieder sehr früh raus sitzt volks hinterher und da kommt die ultimate jetzt raus von xerath und der zweite trifft das heißt first blood für xera das war absolut wie die man dachte vielleicht ja man hat da leute im river aber absolut keine version kein flash und somit hat sich dann der return gang ausgezahlt sehr schön gepanischt dass gleich von vom anfang sozusagen den ersten gang den flash gezogen und jetzt das ganze in den kill konvertiert sehr schön gemacht und der xerath der hier schon angesprochen wenn er zu drei items kommt wann wie nein macht direkt jetzt schon mit dem ersten kill dem first blood und das kann sehr schnell es nur wollen also xerath ist ein champion der vorne hat sehr sehr oppressive ist weil du halt nicht mit ihm interagieren kannst und er einfach deine carries ohne counterplay one shot jetzt lane gang versuch von jace ob der hat aber auch schon drittel leben weg percy ist auf vision die q wurde getaght percy hat jetzt hier keinen mount mehr kann aber mit seiner q einfach wie gewonnen noch mal dannen booker der fühlt sich jetzt hier später noch mal gegen und man ist zufrieden mit dem push ja sehr klatscht da das wort da hat man auf jeden fall gerochen dass er irgendwas das ist da gelauert hat und gespottet trotzdem flash für flash getradet der sports aber damit kann man denke ich leben das erste und ja beide jungler hier sehr aktiv oder zumindest wir uns zu sein die in wenig camps und ganken sehr viel top lane tatsächlich midori hält sich eigentlich da ganz gut ist ungefähr 10 cs behind aber das ist absolut akzeptabel in dem match auf jeden fall und die trades sind ganz schlechtes die q zu den ein nachdem er da den rittled rock auto tech durchbekommt und ja jetzt ist gleich der herald ab noch keine keine roms der beiden supporter und da muss man natürlich als darius trotzdem respektieren weil man hat keine mit preu allerdings ja diese gucken mal wie jetzt rohren damit umgeht midori push noch die lane hat relativ wenig maler kriegt jetzt aber ein level ab groß gezündet von der dingen es wird noch kein flash benutzt von schön auf die q gewartet ohren wird gerufen da sind noch keine ultimate ausgekriegt und dann damit gegen 6 ultimate reicht aber mit dem komet kriegt somit den kill und jetzt kommt mal die xera ultimate 2 haben getroffen der letzte q flash von blazer und wir haben hier das bessere kill trading für evolution sehr sehr schön gemacht davon midori outplayed den gang der ding hatte kein mana für seine und das ist sehr sehr frustrierend deswegen konnte man da den das letzte bisschen damit nicht bekommen und dann schön ist sie noch unterm turm er polter und somit beide mit ihren semi global und ich bin auch noch mit aber am ende das bessere ende für evolution die jetzt hier weiter erhält kommen und das ist auch dann der herrisch den zu den einen gegen den 6 ist natürlich super super wichtig und ja midori auf jeden fall sehr sehr gutes game bis hierhin wie gewonnen wird jetzt gezeigt von percy booker kriegt aber die brauche ab jace ob er und hatte auch noch flash jetzt und herr ist gibt man damit ab man sieht schon auf der bot lane somit guckt nach mal wegen dem park vielleicht ein sneaky die hier aber das meint sitzt und ja damit der herr wird auch an evolution ja man sich schon gemacht keine schenang jetzt mehr und jace ob jetzt hier auf dem ping wird hat eigentlich vier camps ab ist aber immer noch dabei nach gangs zu gucken oder beziehungsweise seine in pushout zu kommen werden geklänzt booker noch nicht das letzte brauche passiv drauf bekommen wegen wo und denkt dann auch sogar ein towershot aber auf einen seiten reichte damit noch nicht ganz schöne dafür geguckt einmal getestet ob sabji wach ist und rechtzeitig glänzt drückt aber er hat den den test bestanden würde ich sagen jetzt allerdings auch mit der blasko noch ein bisschen unterstützung für evolution sagt ja zwar ein platin bekommen ultimate gefällt von blazer percy ohne maler kriegt noch eine w raus und ist dann hier nichts und niemanden doch jetzt der netback auf sabji hat kriegt auch die ultimate raus booker flash nach vorne für den letzten autothek flash kataklysmus von jace ob sich so ich mehr hinterher da ist die combo die wir am draft angesprochen hat und sie sorgt hier für den ersten kill jace ob eq wann kommt das nächste abblazer versucht man irgendwie ging es redet aber dapel kill für jace ob jetzt xerath ultimate eine trifft zwei trifft und die dritte reicht ja und xerath hier aus downtown mit dem zweiten kill auch also insgesamt dann doch kill niven trade ja der xerath bisher sehr sehr gut dabei sorgt auch hier wieder dafür ohne dass er runter move anders als der six dass das noch even ausgeht sei erst sehr gut aus sehr schöner counter gank dort von jace ob und ja jetzt das ergebnis des ganzen ist trotzdem dass booker einen kill bekommen hat auf dem barus während sabji überhaupt nichts gekriegt hat aus der situation nur seine sums und old verloren hat also ich würde sagen overall wieder kleiner vorteil evolution aber nichtsdestotrotz hat man auch zurück getradet und der darin hatte zwei kids bekommen ja gold weiß es ist ja noch ein even game 500 gold lied wir können ja mal auf x auf die gold werte schauen wer da er hätte es doch mit lane fast auf die gold münze even bot lane shades of corruption müssen gegen somenic die bombe und es war sogar ein ghost aktiviert vom booker also aggressiv auf dem six erntet hier nichts und jetzt top laner trader ding ist schon relativ low brittel autotag reicht und der solopole von dem ohren gegen den counterpick darius was ist denn hier auf der top laner los miedery hat sich scheinbar persönlich genommen was im ersten game gestern passiert ist und macht jetzt hier dasselbe was daki gestern veranstaltet hat mit der ding das ist ein matchup in dem da ist niemals von übern sterben sollte aber jetzt erst hat er den gang gut update zu kurz auf polter polter mit dem guter tag und ja mario möchte dass die andere ist nicht sehen aber so könnt ihr ja sicher du willst du auf also sie hat einer der champions der auch gegen sie kommen muss raus flash für flash der ruhe zu kurz aber polter jetzt der zweite aggressive flash nach vorne diesen game hat auch die ultimate somenic mit dem ersten dort mit dem zweiten nicht dort mit der bombe und er brennt nieder es ist hier das item bei aber jargon kriegt den kill mit dem kataklysmus mit 6 ultimate aber auch blazer ist hier zur stelle wo jace ob es ist auch kurz danach blazer oder andersrum kriegt hier noch den cleanup kill ja beide jungler schenken sich wirklich gar nichts matchen sich auch bei jedem play auf der karte diesmal kriegt man das shutdown allerdings wieder nur der hilf für jargon wenn ich mich recht erinnere das natürlich kann schon was anfangen mit dem gold aber ich denke der six wäre hier auch nicht böse wenn er den bekommen hätte overall allerdings solo kill für jace ob während man auf seiten von evolution kill und assist bekommen hat also auch da wieder wahrscheinlich durch das shutdown ungefähr even im gold der trade und ja ludens wäre natürlich definitiv besser auf xerath weil du ja mit der holt und deinem longage auch verlässlich die squishy sicken kannst die keine mehr haben und es ist nicht dein job die die frontline zu zu bern jetzt ist komplette tower dank des heralds und wir sehen auch der gold lead springt sofort auf 2k ungefähr natürlich ungewöhnlich den orden hier den herald zu geben und den zu finden aber ja der ist jetzt er hört er hat auf der tank kraft praktisch 2000 gold hat xp im game auch und das ist natürlich im hinblick auf die ordnung und profitabel fürs ganze team ja also der ordner sie der gesamte gold liegt normal chains of corruption percy drauf man braucht nicht mal reals ultimate und 6 ist hier ein toter hamster sehr schön gemacht panisch der den face check von somenigt hatte kein flash und ja jetzt muss die langsam aufpassen dass es hier nicht außer kontrolle gerät das spiel man hat sich die ersten zwei drakes sichern können das heißt man kann wenn man nicht in der position ist zu beiden weil man behind ist auch durchaus ein oder zwei abgeben aber muss ich auch was fertig für das ding mal schauen ob ihnen das alte ein bisschen weiter hilft ein bisschen gebraucht aber es glaube ich sogar auch er hat genau hat auch ein bisschen hp gekriegt das vor lecker machte hier dem ordner jetzt kann der mit wenn ihr so hättet sapchi wegen worden schönes gleiche fischer gegen blazer man hat auch noch eine defensiven ulti von sapchi man kriegt die poppy xerath kriegt hier ein shot auf braun der zweite wird geflasht und ja die es mit der ersten antwort nachdem du sagst man darf jetzt die kontrolle nicht verlieren gute antwort ja definitiv die sommer kommt aus sapchinen kill sehr wichtig glaube ich dass nicht alle kids hier auf den japan gehen auch wenn der mit den angesprochenen gebufften items auch sehr viel machen kann und er der erste kill xia in dem game definitiv wichtig dass die hier ins game kommen weil die muss dann auch die frontline töten von evolution die jetzt schon sehr sehr gut dabei ist er botten können sich jetzt hier den turm sichern 6 einfach die taste dafür drückt jetzt wird hier angegangen wie gehen worden mit dem braun ist er und verletzt er mit vorn die ultimate kommt früh raus das reicht der shutdown für darius ordner mit der solo krankheiten nichts auf der map da darf man nicht so weit pushen ohne vision ja das könnte auch diesen zweiten herald jetzt kosten man hat aber noch zeit wir sehen auch war es jetzt richtung topseite gehen er sehr wichtig das schade und für der ding hier um wieder mitspielen zu dürfen und dem jahr das angesprochen das ist leider so eine toplane krankheit irgendwie dass man wenn man er hätte es oder generell wenn der turm dafür fällt schnell mal out of position ist oder es passiert vielen von uns aber ja das setzt natürlich nicht besonders gut weil wir gucken aufs gold okay ist immer noch 1000 gold erhält aber der darius kann jetzt schon trotzdem dann noch ein problem werden wenn er noch mal so ein kill bekommt jetzt springt man so ein bisschen aber man kriegt die scuttle auf seiten vorne die und satschi hat hier schon probleme die xerath ulti treffen noch nicht ganz jetzt war die reiche pointer mit dem snipe wesley snipes hier aktiviert sehr sehr gut gerade vor diesem wichtigen drakes bonus wäre das haupt heute gewesen dem muss man jetzt vier gegen fünf feiten wenn man das machen möchte und tp interrupted ist da nur ein trostpreis percy wird hier gecatcht von der ding man hat allerdings jetzt für ort flecke aber wo geht in der orne in den lockt hier nichts ab trotzdem sagt man weiß noch nicht so richtig wenn man rein wenn man raus man entscheidet sich jetzt erstmal zu kiten und im show point ist es natürlich sehr geil für xerath für varus aber das war ein bisschen random aus auf der anderen seite natürlich auch ein six der hier mit seinen bomben gut hören und park verursacht sei ja mit dem portals mit ein hextech portals ist hier wieder schnell auch im überrhein und blazer jetzt er sehr log serats punkt immer weiter es ist hier ist absolut intens diese situation und es scheint hier zumindest evolution erstmal der kurs zu sein sich noch mal neu zu formulieren wir sehen poppy geht hier im record jetzt scharfen drehen hat den guten kataklismus war erst alleine man findet voller percy ist hier living bait schönes schild von wegen von poppy ulti gefällt und der darius kann hier aufräumen satz mit dem flash davor noch blazer triple kill für dagegen der plötzlich sich in der nba wiederfindet ein dank nach dem nächsten findet und das ist aus dem nichts für dieps in diesem überfall das kam sehr sehr gut aus am anfang beziehungsweise sehr chaotisch aber jetzt overall dann doch der comeback fight für dadding und dieps was der quadra kill und jetzt ist der darius sowas von zurück im spiel das ist genau das was wir meint wenn der an einem der drei milis seine passive stacken kann und einen reset bekommt dann ist das ganz schnell in den multi kill und genau das passiert ja man hat ja ein bisschen zu sehr wollte man durch diesen chokepoint durch irgendwie auf seiten von evolution man ist natürlich gegen six und xaja sehr tödlich und ja da hat man es jetzt leider nicht geschafft also damit auch der dritte drake für dieps die jetzt auf soul point sind und das ist eine hexix soul bestes soul im game das heißt auch wenn es jetzt early game lange nicht gut aussah jetzt ist man wieder mehr als zurück und hat es auch den goldglied ja auf jeden fall also so random wurde einfach der ort das team vom dienst vorbeiläuft da hätte man schon engagieren können müssen glaube ich da waren alle auf einer page danach ja von blazer da recall da hast du da nicht noch den darfst du nicht lücken das wurde sehr schön gepanisht von jace ob der dann guten kataklysmus findet ja schnell stirbt aber er sorgt einfach so viel zeit mit seiner arena die er aufbaut und ja wie du schon gesagt hast jetzt die es auf jeden fall back in game vielleicht sogar driver sieht man hat den letzten t1 oben auch geknackt sehr viel gold die türme die ja noch in die taschen von liebs gegangen sind ja jetzt ist der kann noch mal aufs gold gucken jetzt der darius quasi wieder even im gold mit dem horn hat durch die drei kids kann seine landing face wieder ausgeglichen hat ein dreier geworfen genau richtig müssen ähnlich wie das deutsche wm team gerade und ja jetzt auch das shutdown und man ist weiter am scale nichtsdestotrotz hat natürlich nach wie vor ein problem und er wird auch nur stärker aber wenn man noch mal so weiten kann beziehungsweise so einen guten job point findet und der darius seine wincon erfüllen kann dann kann man jetzt auf jeden fall wieder spielen und man hat auch noch drei chancen auf die sonne einmal schon also es wird noch spannend je weiter das game geht natürlich der ohren wird vielleicht erst mal noch ein paar upgrades verteilen können der wurde ja sehr sehr oft jetzt hier schon thematisiert er braucht aber noch gerade wurde gekonnt ist dass die andere jetzt vier items und ja hat hier gerade mal komponenten fürs horizon focus oder ja wahrscheinlich wird das vorweisen mal schauen also man braucht ihr noch zeit auf seiten von evolution diebs muss jetzt dieses momentum auf nehmen und ja dadurch die drags hat man diese zeit nicht mehr die man bräuchte auch sein von dem ja da ist dass man also liebt hat die early drags bekommen aber evolution hatte das ding gold lied und dann sollte man eigentlich beim dritten drag dann gelang ist hier so ein bisschen midori reingebetet raum ist man kriegt den tag gleiche fischer man wird hier alles auf den ohren schmeißen und somenic auch ebenso noch nicht viel gold schiegen waren schön das schild noch mal abbekommen das kommen jetzt die unterstützung da ist plötzlich jace ob da ist blazer und beide finden nicht so richtig den zugang jetzt ist der ohren dauernd blazer hat kein kill auf somenic finden können da ist der braum einfach zu eklig jetzt ist locker noch mal aber evolution verliert hier zwei member auf der top lane nachdem man dort ja wieder zu overstate auf seiten familie und jetzt ist es vielleicht schon eine opportunity hier diesen näscher zu gehen ja man hat den herald gespawnt jungle und engage erwartet aber das wollte ihr nicht finden nämlich dadurch ja percy is around aber crucial mistake da von xerath trappt hier als mage der eigentlich die range braucht ja ich glaube ich dachte die sind alle am nash und er kann vielleicht mit der ulter was machen nicht damit gerechnet dass ihnen da ist uns gesehen ich im gesicht steht und dann ist das natürlich kein gutes matchup mehr in der range von daher jetzt damit der nash top den fasst der t2 turm und der nächste gewonnene fight für diebs drake und ihre soul spawnt in einer minute und kann jetzt noch alle t2 türme nehmen also noch eine menge standing gold und jetzt sieht das game sehr sehr gut aus auf seiten und diebs nach dem sehr schwierige start ja auf jeden fall also man hatte immer wieder enge trades die alle insgesamt besser für evolution waren man hatte das herald play man hatte ja das game schon das early game gewonnen auch auf der top lane aber jetzt fällt man so ein bisschen apart die fehler häufen sich und jetzt leider schon zwei overstays die sein team schon ein bisschen was gekostet haben und mal schauen dass man jetzt auf diesen nash buff rauskriegt somnick schon mal solo den t2 hier genommen in der mitte man rotiert wieder auf midori rauf glacial fischer wird aber hier gut umgangen ja nicht nicht die beste engage hold aber respektabler versucht trotzdem davon vegan one aber ja man kann jetzt hier eigentlich zu viert oder fast zu 5 der 6 hat permanent push für die t2 gehen geht hier einfach mal beendet das spiel der meine türme machte der champion zu papier und ja man könnte ja auch glaube ich zu 5 für die t2 gehen kann aber auch jetzt geht nach oben kann ich da das gold nehmen soul sollte sehr schwer zu contesten sein aber wir gucken auf blazer wo ist er da nähert er sich aber jetzt schon alles gone und genommen und somit jetzt die hextech soul für die ja und jetzt hat man also nash ist jetzt ausgelaufen aber hextech soul gerade mit sowas wie six ist sehr sehr toxik und das was der xerath jetzt schon schon machen sehen mit mit diebs das kann der six jetzt auch langsam mit evolution machen also es wird jetzt sehr sehr schwierig das hier noch zu verteidigen und braucht jetzt schon mehrere grobe fehler von diebs ja mal schauen man hat ja natürlich gefährlichen zieht auch zweieinhalb items jetzt für sapchi mit dem text geht nochmal oben drauf man kriegt hier wahrscheinlich damit noch raus denn der spaft der tickt langsam aus den hat man aber noch und somit jetzt unbedroht hier oben am t3 unten felds auch midori schwerter dinge aufzeigen jetzt der magas vom dreimal aber das gleiche für schlager blazer kommt hier nicht richtig rein booker mit schön schärft gemacht wird jetzt angegangen vielleicht hast du kataklismus raus der ultimate sitzen hier sehr sehr gut sapchi der locker von midori ist gut aber jetzt ist der da ist dann liegt kriegt den ersten kill und midori ist plötzlich alleine in vier leute vielleicht über die wand nochmal double kill für darius man gibt sapchi auf bessere kill trade also aber den inhibitor die hat sich sogar beide noch am leben ja auch sehr sehr gut finde ich von evolution dass man da den engage sucht wenn man das so weiter mit sich machen lässt dann wird das spiel irgendwann einfach enden schöne engage von percy aber leider nicht ganz das geld um den fight für sich zu entscheiden auch wenn sapchi dort stirbt macht der darius die eigene backline auch kaputt und ja jetzt sind am ende noch der t2 ton gefallen auf der botline auch man kann jetzt hier nochmal resetten sich sammeln und dann wahrscheinlich für den nächsten nash und damit dann auch denke ich für einen möglichen finish spielen man kann auch wenn man ganz safe sein will noch auf den elder warten aber ich glaube das braucht man hier gar nicht und ähnlich wie gestern wenn man so erhält ist und die soul hat der einzige weg wie die das eigentlich noch verlieren kann ist seit ein elder flip ja man muss ein bisschen auch die anzahlen heroes hier loben also wegen worden auf dem braun beharrt ist das traum ist muscle 0012 gerade eine wunderschöne ultimate um den follow-up nach diesen rellen gates zu verhindern gegen blazer man hatte ihn sehr sehr oft auf der top lane gesehen im roaming auf der map an liegt also der braun der gefällt mir ja definitiv auch nicht zu sterben als mir ist auch alles andere selbstverständlich auf support von daher die perfekte support kd ja hier eigentlich wie genauen und der ding mit das hoffentlichen steraks dann und kein hallbreaker was er da baut mal so ein bisschen die frage weil es jetzt den gleichen komponenten besteht aber ja mittlerweile wird ja schon mal wieder geangelt ja jetzt sind wir an dem punkt angekommen wo der richtig hexig so natürlich auch hilft auch nicht der polter ist gucken können gucken wie weiter von der 16 entfährt das ist noch ein stück war ein schuss wir haben vorher so nächstes upgrade wird verteilt an buka zwei items für ihn ready cs aber auch deutlich behind ja also als ob der xerath hier wenn er noch irgendwie zu seinem robot uns kommen level 16 noch mal was machen kann aber der six wie gesagt hat dann drei items schon fertig ist auch bei 16 und hat ein hex ist wohl auf seiner seite soll nur neuer fragt wo ist schon key ich glaube in der schweiz ist er und bei würfel in sport ist der gut hier erst bei rabber wollten und ja jetzt weil er weil wir die andere so nicht uns gebaut haben brauchen das vierte item aber ja und daher nation 20 sekunden ab mehr mehr pennen hat deswegen braucht man es ja noch glaube ich als wenn ihr jetzt gibt cdr also nun ist es etwas mit pennen nun ist es das was dir gehen würde ja ok schauen wir mal der nächste match ist auf jeden fall live und eine minute 30 auch der elder ja aber jetzt muss man erst mal ja durch den dunklen wald hier du ich ja links am ground also man scheint den gar nicht und testen zu wollen kann man realistisch auch ähnlich und ja jetzt sollte man in der lage sein dass eigentlich hier relativ problemlos zu werden das spiel da gesollte weil wir haben glaube ich glaube das war auch bei deeps bei den letzten turn ist auch das eine oder andere game gesehen wo das noch ein bisschen länger gedauert hat bis dann der nexus tatsächlich gefallen ist und daher sieht schon jsa prime mit aq nach vorne da steckt sehr sehr viel gut die richtung ist klar jetzt vom nido ried zu den eigenen türen wieder letzte upgrade in diesem game wird verteilt auf blazer vorletzt sie kriegt glaube ich auch noch ein aber er wird jetzt nicht mehr verteilen werden ach so dass man sie ja ok ja da hast du den den support vergessen aber da sehen jetzt mit dem geld schmied und kann sich noch mal befreien poppy ultimate gegen zwei schafft man es jetzt auf den verbliebenen 3 zu entgehen die antwort ist nein da sind noch zu viele gebuffte minions auch vor einem und diese statics passive der soul die crash hier auch noch mal richtig rein in diesem port blazer wer kann immer den hook umgehen jetzt kommt gleiche fischer raus chain of corruption percy mit dem letzten geld für evolution aber die leute die falle milch der damit reicht nicht das ding wird hier noch gut gekleidet von booker aber auch da fehlt damit wie geworden kann jetzt hier seinem ersten tod nein jetzt ist blazer mit dem kill aber auch das kostet ihn sein eigenes leben und sagt die somit die beiden carries von dienst sie können hier wahrscheinlich zum einzelnen pushen polter ja machen mal ein bisschen pew pew aber das wird hier nicht reißen flash kataklysmus guter flash auch vom polter jace ob stirbt aber evolution mit dem 0 zu 1 die schafft es das early game zu überwinden und hier dann doch noch einen deutlichen sieg einzufahren ja sehr schönes comeback und gibt es schon sagen waren schon eigentlich sehr weit behind xerat kamen sehr gut ins game der hier auch hier eigentlich die win condition war aber da hat man am dritten drake einen extrem guten teamfeld gefunden und konnte dann und da aus snowball ja also seiten von evolution durch ähnlich wie gestern gucken ob man da jetzt das gleiche noch mal machen kann und dann im zweiten game das für sich entscheiden kann aber diese diese varus xerat combo die ist einfach zu schwer ex zu exekuten wir hatten doch diese diese spikes von von xerat gesehen wo er immer wieder kills auch durch seine snipe durch seine ultimate gefunden hat wir hatten gute place von evolution im early game auf der top lane wo man da den counter match up gerade dieses counter ganking hat hier sehr gut funktioniert auf beiden seiten muss man sagen also blazer und jace haben sich da auf jeden fall liebt gehabt im early game aber wie gesagt immer mit dem so ein bisschen besseren ende für evolution ich glaube mit so einer kommen sollte man auch trotzdem noch ein auge auf den drake haben da hatte man die bot lane recalls die eigenen jungle recalls nicht so gut angepasst auf der anderen seite jace up hier wahrscheinlich mit dem teaching von coach penta wieder früh augen auf diese drakes gehabt und zum schluss war das auch ihr key dass man mit diesen drakes eben mit der soul früh sich schon hoch bufft und eben dieses scaling auch vom xerat vom orn so ein bisschen den ein kann ja definitiv wenn der dritte drake das also wenn evolution ein von den ersten zwei bekommen hätte dann können sie wahrscheinlich also das spiel glaube ich nicht so schnell vorbei danach weil selbst wenn sie den drake verlieren und damit ihnen das objektiv abgeben ist eben noch nicht so point ist beliebt aber ja nichtsdestotrotz sehr schön ist schon ein guter teamfight von behind von diebs und ist danach nicht mehr weggegeben jetzt hat evolution seitenwahl gucken ob sie sich dafür entscheiden das ganze umzudrehen oder auf der redzeit bleiben wie gesagt gestern waren sie ja auch schon erfolgreich und ja ich bin gespannt ob man jetzt groß was ändert ob wieder man sagt okay blazer nicht mehr poppy duty kommt wieder auf dem carry viego oder sowas wie gestern und dann macht ihr das aber ich glaube dass poppy hier eigentlich ein sehr sehr guter pick war gegen jarwin und daher schwer zu sagen was was man jetzt genau machen soll der xerat wie gesagt ich glaube es war eigentlich schon guter pick aber hat es leider nicht exekuten können dann ich glaube dieser dieser braun hat auch einfach für probleme im engage gesorgt also da hat man super super viel denial auf der einen seite also diese kommt noch in xaja in braun man ist einfach so so sicher trotzdem noch ein damage output der sich sehen lässt man hat ein super engage durch den jarwin der da einfach nur eq nach vorne und kataklismus einsetzen muss also alles sehr relativ leicht zu exekuten und das hat eben dann auch geklappt nachdem darius dann auch wieder back im game war durch den triple kill da hatte man auch so ein bisschen die größte schwäche des drafts beziehungsweise das nicht des drafts sondern dann wie es ausgespielt wurde hat man dann ausgleichen können und ja dann hat man relativ gut auch du hast gesagt es war schon mal anders bei deeps hat man das gut und schnell auch hier zu ende gebracht und das war natürlich auch so der vorteil des six der hier ein tower nach der anderen niedergebombt hat ja das hilft natürlich auch noch mal das game zu beschleunigen das definitiv aber nichtsdestotrotz early game war sehr sehr stark von evolution auf die lanes gerade zum beispiel top lane wie man da das matchup noch hinbekommen hat also ja vielleicht sagt man sich auch einfach okay wir ändern unseren approach nicht groß sondern werfen einfach nicht weg wenn wir dann den vorteil haben und dann können es dann auch spielen würde mich auch nicht wundern wenn man hier zum beispiel dann direkt noch mal red side geht vielleicht den java in first pick band oder so mal gucken bisher hat man sich glaube ich noch nicht für irgendetwas entschieden ja wobei red side so was was hast du jetzt gebracht du hast einen ordentlich geblieben xerat last pick gegen six also es sind alles so counterpicks oder man hat man hat so den benefit von der von der red side okay und wir wechseln die seiten auch dann ist auch das was ich ja gestern angesprochen hat mit blue side ist eigentlich besser für bot lane ganken red side für top lane ganken und top lane hast du dann eben den ohren das heißt auch top lane kannst du deinen extra trybush als poppy nicht so richtig richtig ausspielen und generell wirst du ja eher immer noch in der meter richtung bot seite wegen den drakes wegen der bot lane von daher ja vielleicht blue side die empfehlenswertere aber scheint sich hier doch wobei auf beiden seiten sind noch team member und es wird hier blue side für evolution ja bin ich gespannt was jetzt die adaption ist ob man selber dann den jahren vielleicht verspickt oder ob der vielleicht band dieb sind auch weil sie ja mein gesünder ist einfach zu broken was jede große änderungen sind ob wir carry für blazer sehen ob wir noch mal den varus ich bekomme ob orn die prajou weiterhin so hoch bleibt und die sind der counterpick wird fragen schreibt schon mal ja und jetzt ist evolution ja wieder in ihrer comfort zone beziehungsweise wieder unter druck können hier nur noch das unentschieden schaffen und da das wäre wieder ein sehr sehr wichtig ist weil wenn man hier gegen die jetzt 2 0 verliert muss man auf jeden fall gegen gameboys selber punkten beziehungsweise 2 0 gewinnen um hier noch eine chance auf die playoffs dann zu haben natürlich muss man gucken was noch 72 dann gegen gameboys macht beziehungsweise gegen diebs aber ja natürlich jetzt eine schwierige situation ja bisher aber eigentlich der tonor der tenor in der gruppe 1 1 zu gehen von daher mal gucken ob wir das jetzt zum ersten mal hier aufheben oder ob man sich da treu bleibt und das zweite game jetzt an evolution geht so jetzt sind wir glaube ich langsam angeordnet und dann ist anivia mastband gegen somnick also gerade hat man den anivia band selber gegen polter gezogen ich glaube nicht dass sich das hier verändern wird ich glaube nicht dass man anivia hier first picken möchte also gerade der six ist ja auch sogar ein high contested pick durch ja durch die flexibilität wir haben schon booker auch den six auf der bot lane spielen sehen somnick ja mal schauen ja definitiv auch sehr sehr starker champion scheinbar dauert es noch ganz kurz werden wir warten dass wir alle langsam bereit sind sonst in der aatrox für die sich auch freuen den zu sehen wurde gerade schon offen gelassen dass ich trotz des blind picks und nicht gepickt ich meine darius waren sehr guter pick und hat auch gut funktioniert aber ja ich bin gespannt ob in die orn prio weiter so weit oben bleibt ihr evolution was wir dann noch problem sehen können und auch noch mal noch mal noch mal noch mal ein peter würde ich mir auf jeden fall ein braun bahn wünschen also der braun das stimmt ja das ordnen zu braun zu picken das ist einfach so als wenn du hier kryptonit umarmt als superman geht nicht gut aus okay wir sind ready wie es ausgeht und dann geht es in den zweiten draft jetzt wie gesagt andere seiten evolution auf der blauen seite und die auf der redzeit ja mal schauen ob man jetzt was an den bands verändert ob man den jahren hergibt ob man sagt wir sind fein dann einfach noch mal für poppy für braun und xia in return zu gehen ja fresh wird rausgenommen ich glaube den bands wird sich auf seiten von der evolution auf jeden fall nichts ändern eigentlich ja man hat gerade noch kaiser gebannt und maokai ja genau gragas werden auf der anderen seite gragas anivir und melphite glaube ich und caitlin und das ist schon mal etwas auf die anpassung eine änderung das wieder die anivir also die bante hier selber scheinbar zum beispiel am mogus also kaiser und maokai sind jetzt hier offen gelassen worden auf der anderen seite der java wird jetzt rausgenommen ja ich meine kaiser wurde schon leicht genervt statics wurde noch mal genervt auf dem patch also die ap-variante definitiv etwas schwächer ja stimmt ja raken first pick ja dann ist es auf jeden fall der maokai hier für j-sop jetzt frage ja wenn man die xia die nein danach sieht es aus xia maokai maybe xia maokai okay der nautilus dann könnte man jetzt weiß nicht ob blazer jetzt gesagt hat er nie wieder maokai nachdem das gestern nicht funktioniert hat aber den könnte man natürlich auch selbst sonst einloggen und jetzt die frage will man wieder sofort den orn blind picken da scheint man ja kein problem mit zu haben dann kann man das natürlich auch direkt machen ja und dann danach sieht es aus direkt wieder der orn diesmal auch kein braum auf der anderen seite da hat man sich selber jetzt für den nautilus entschieden seit man flex jetzt den nautilus top lane aber und pick doch noch braum ich bin so braun also ich bin ich auch ja ich auch ich weiß also von daher aber ich als die wahrscheinlich für unwahrscheinlich so jazoo für den windwall stattdessen okay ja jazoo bleibt mir und diesmal mir kamill sich ein anderer populärer und wenn somenik jazoo pickt dann mache ich ein cosplay am bootcamp hey notiert das zum wiederholten mal der oriban hatten letztes game auch schon das hat man noch gebannt weil ich gar nicht mehr genau also mf man hatte da die aber das ist jetzt muss man jetzt kann sich diesmal aufsparen auf der seite wird der six rausgenommen auch verständlich hat gerade schon dann sehr gut funktioniert ja also vieles noch offen beziehungsweise auch dieser maokai beziehungsweise jungle pick generell dann doch in die zwei ja stimmt maokai könntest hier ja iwan ist nämlich auch noch offen meiner meinung nach einer der stärksten jungler ich weiß nicht ob die beiden jungler hier spielen jazoo champions auf jeden fall noch mal die beiden bäume hier noch ja also iwan aus sehr sehr dumm da ist jetzt auch dex hier gerade bann ne ergibt durchaus sinn auch wenn es jetzt gerade funktioniert hat am besten gegen somenik ist sein zweit most played champ glaube ich nach dem 6 ja ich meine annie ist ja auch schon gebannt also da hätte man glaube ich seine drei champions und schon raus mal gucken ob man evolution das gleiche denkt oder ob die noch irgendeinen und den doch den maokai rausnehmen wollen vielleicht ist man auch der meinung dass der maokai kein problem ist mal schauen viktor wird dass dessen ok denke ich könnte man jetzt hier und jungle last pick wäre ungewöhnlich aber wenn man es irgendwie direkt sind was kühlen will könnte man das auch machen aber ich denke es ergibt dadurch mehr sind oder iwan maokai bei der sehr sehr gut klar ja man sollte den nicht schon die picken vielleicht auch für gamescom auch black wukong gespielt hat da mal wieder bock auf den affen kann ich verstehen also das war auch eine geile experiment für mich mal schauen ob es hier der carry für jace wird der jetzt allerdings voll adi bisher so muss gar gut ich glaube es wird so oder so wahrscheinlich einen ap mitländer aber es muss jetzt auch einen heavy magic damage mitländer werden hier noch ist lilia ist hier die antwort gute champion gegen wukong wukong natürlich bekannt dafür dass er sehr viel armor hat und probleme bekommt gegen magic damage das wäre sehr wild wenn man den jetzt blinden würde kassadin weil ich meine man mal die dich einfach so einloggen ja egal jetzt lilia kassadin man hat auch nautilus hat auch so einen outplay button hast du ja ja aber jetzt könnte einfach syndra glaube ich kommen und dann ist man sehr glücklich für den mittleren matchup ich denke auch würde glaube ich nicht um das dagegen sprechen ein bisschen defensiver sein möchte auch ein stemp den ich glaube ich schon von somenic gesehen habe ja das ist natürlich nicht ganz friedern mittler kann man definitiv auch machen kasse hier ansonsten die sind gegen meisten oh nein ist nicht tempest ist ich marcel davis am coachen hierfür die also so wie ich das mitbekommen habe war das eigentlich so ja da sieht man das peter nicht mehr bei deeps coach aber ja es wird die lux ich meine gegen kassio glaube ich not bad man outrange die kassio und kann sie da sicherlich nerven ja allerdings ja positive argumente aspekte noch an den lux bringt bringt ja also ja wie gesagt ich glaube es ist ein gutes matchup in to kassio abgesehen davon weiß ich nicht genau was was lux sozusagen jetzt sonst macht aber ich meine später wird der ulko dann sehr sehr gering das ist dann also in solik kann es schon sehr nervig werden wenn diese lux durch die gegend redet und einfach jede wave one schottet auf der karte und ist kein cooler mehr hat ja nichts ist trotz abgesehen von dem lux pick denke ich eigentlich zwei relativ solide team kommt die wir schon öfter gesehen haben jinks jetzt für reset lilia gute antwort gegen wukong generell gegen die short range wieder von deeps toplane kamill counterpick gegen und verkehrt wird später natürlich problem also wenn man hier die sidelines mismatchen kann dass evolution dass kassio gegen kamill spielt das ist deutlich unangenehmer für kamill dann kann man zeitland durchaus auch spielen und sollte auch sehr fein sein gegen die lux bot lane denke ich early game leicht advantage für deeps aber später die jinx dann in teamfights auch hier sehr sehr stark muss nur aufpassen von kamill wukong und nautilus nicht gepointet geklickt zu werden aber da gibt es natürlich immer noch zwei andere carries mit lilia und kassio also vielleicht ähnlich wie letztes wie gestern hat man hier die lehre gezogen wir brauchen mehr carry champions und hat jetzt drei davon so dass wenn einer stirbt trotzdem noch genug damit da ist aber ich weiß noch nicht das rakan first pick was ich davon halten soll nautilus braucht ihn dann nur auto taggen und hast praktisch den rakan und gait schon so ein bisschen denied also wieder für mich schwieriger zu executen diese komp aus lilia aus rakan jinks ja das kann alles gut funktionieren ich lasse mich wieder positiv überraschen wie von der seraphine gestern aber ich sehe den einfacheren draft auf jeden fall bei deeps gerade die kamille jetzt auch noch mal finde ich besser als den dario sie kann noch mal gerade dieses diese mobile lilia die ja davon lebt mobil zu sein eben immer wieder rein raus kios zu landen guten sleep vier mann fünf mann da ist eine kamille einfach super super gut geben und auf der sideline auch wer will kamille kassio später annehmen die kassio will ja kassio so viel wie viel spaß gegen kamille hat würde ich sagen ja kommt darauf an ob die kiosk also das kann später schon sehr unangenehm für kamille werden weil gerade weil du obwohl in dem geben wirst definitiv magic besitzt haben also ja das ist aber dann auf jeden fall kommt auch an wie gut auf jeden fall auf jeden fall er kommt auch an wie gut die beiden im game sind bin sehr gespannt was die die lux hier anstellen kann und ja gut ging es ob die drinks ihre pop-up-momente bekommen ich glaube die wird es eigentlich sehr schwer haben gegen wukong nautilus und kamille das spiel zu spielen das heißt wir müssten dann blazer oder polter glaube ich das set da in die hand nehmen um das hier für evolution zu entscheiden und vielleicht kann auch mit der wieder trotz des counterpicks die mit seinem ahren die lane für sich entscheiden mal schauen gegen zwei für uns bereithält gestern hat er auch evolution nach schwierigen im game 1 im game 2 relativ eindeutig das gewinnen können wieder auf jeden fall freut dich aufs finale dafür planen wie großes ok dann bin ich ja mal gespannt ob ihr dann immer ins finale kommt gucke ich noch mal rein seid doch in der indgruppe 3 1 gegen will müsst ihr noch gegen teilzeit ok finale ist schon so ein bisschen ein bisschen hin ja da muss man noch ein paar haben wir noch ein paar games vor sich so ist der camille also das ding hat sich hier für tp knight entschieden immer so die frage bei camille kann man natürlich machen ist aber natürlich etwas risky ich bin dann nicht der größte fan von gut custom vielleicht ist auch das argument gegen kasio w kann ich eh nicht flashen aber ist ja nicht immer der kasio da wie unter dir und gerade ging sowas wie rakan lilia sind glaube ich flash das ist eigentlich schon auch nützlich man sieht die erste adaption durch den autos wahrscheinlich hier man geht 5 man schon mal richtung bot lane jetzt gucken wir mal auf jinks bucke hat hier seine hausaufgaben immerhin gemacht hat ein early ward im tribush man wird hier das ganze spotten mal schauen wie man darauf reagiert lands auch sehr gut von wegen wollen da ist das niveau auf den internen ist diese basics das ist einfach schon immer seit jeher auch so ein markenzeichen von in sport gewesen also hier hat man wirklich schon ein relativ gutes niveau hier ja finde ich auch sehr schön dass man sweet damit hat wenn man in welt das regt mich mal extrem auf in solitude wenn die leute sich bis zum mond spamping für den in welt und dann kein zweeper mitnehmen und dann man einfach ja da rein läuft das bin ich gestern erst wieder eine früge charge silent queue gelaufen weil mein support sich geweigert hat sie bei mir egal davon ja sehr schön gemacht man hat jetzt natürlich durch das wort möglicherweise xp bekommen auf der lux glaube ich hatte auch den last bekommen und könnte sein dass man also da auf der ersten wave dann schon zwei hittet mal gucken ob man da ist hier ein scary trip von wegen wohnung und samsi bucker ist ja gut positionieren ist alleine da kann auch sehr sehr spät hier im leash weiß ich nicht was er da noch die oberen seite des rap oft gestanden hat man kommt hier sehr 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 spät auf die lane den ersten test mit dem inwelt hat bucker gut bestanden jetzt die frage ob man auch den zweiten hier aber man erwartet das jetzt so ein bisschen beten da kommt der hoch da kommen die federn aber natürlich auf dem rakan sehr sehr sicher ja schön diszipliniert gemacht von evolution man ist ready für sowas lässt sich dann nicht schießen und darf jetzt die lane spielen was sonst sehr schnell sehr unangenehm werden kann muss man trotzdem respektieren das hat man bisher noch nicht der nächste hoch auf rakan der ist level 1 der wird geknitet und ist hier schon sehr 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 ja percy dann nicht ganz wer hat auch kam auch so spät zu lernen tatsächlich durch den liegt dass er xp verpasst hat deswegen hat poker schon sein level 2 bekommen aber weiß natürlich noch nicht und ja schöner panisch und der deep spot lane und ja nicht ganz nicht ganz aware der kurzzeitig der rakan nichtsdestotrotz kommt er noch mit seinem leben davon aber muss jetzt natürlich gucken wir hier mit dem hp stand noch die den spielt diesmal auch ohne kleins dabei frage ich mich was ihnen da in die überlegung zu gebracht hat jetzt doch das kannst du verzichten gerade gegen das war kann lilia natürlich auch besser für percy mutig ich glaube das war ein kill aber ja sehr sehr schöne trades von miri ich glaube er kann da das ist ein kill man kann einfach neben der kanal herlaufen die auto tech und die hat kein e kein flash und schlimmsten fall kann man selber hinterher flaschen natürlich noch ich neid hat die zweite q aber kriegt sie nicht an den mann gebracht wie gehen wollen jetzt kann hier percy noch mal rücken und percy spielt da mit dem feuerflash nach vorne sapchi first blood und percy hat selber noch flash exhaust wird überrascht von diesem burst und ja das ist jetzt schon ein problem auf der bot lane für evolution ja der butch hier wird jetzt zum wiederholten mal der evolution bot lane zum verhängnis sehr schön gemacht von sapchi und gegenwann haben wir jetzt zum zweiten mal hintereinander gepunischt und damit das first blood für sapchi sehr oft auch der main carry von deeps ist der jetzt hier früher herkommt das auf jeden fall sehr sehr gut für die chancen von deeps wird das erste 20 in der gruppe zu sichern aber dafür ist sicherlich noch zufrieden war jetzt der erste gegenversuch wird gespottet generell noch sehr sehr ruhig aus dem jungle polter schöne dodges somnick miss das binding und jace ob zeigt sich in der mitnehmen schauen wann hier die jungler ins spiel geschehen mit erfolg aktiv ein ja grundsätzlich sehr gute trades von somnick in der mittleren hat man sieht hat beide potions noch während polter beide schon raus hat aber dafür hat er scheinbar die lastes ein bisschen vernachlässigt also wenn die kasse dann hier einfach base dpn kann ist sie im gold ahead top lane jetzt auch der ding mit dem frühen recall aber der nächste gute trade von midori das sind sehr gefährlich wenn man schon zurück tp ist enemy top lane noch dp hat und man hp verliert da muss man da ding jetzt aufpassen gerade auch weil er kein flash hat geht jetzt hier mit seiner presse aber in den river worte zumindest die wölfe hat jetzt auch einen guten ping auf lilia gekriegt da hat schöner pink worte am eingang schöner schön reingesneakt hat hier sehr gute info über blazer definitiv ja jace auch schon mit dem ersten pink wort bei den fangs machen das schon gut ja wenn man man outrange theoretisch wird hier reingebracht der hook folgt dem flash von blazer kriegt noch mal die w raus mit der route von sabji ebenso gut die knight und sogar ein auto attack von sabji gold richtig das gold jetzt auf ihm ja bisher sehr sehr stark gespielt von wegen wann und sabji definitiv hier gerade die einflussreichere board lane sehr sehr schön herum kriegen trotz des flash von blazer den nächsten kill wieder geht das gold an sabji und es ist jeden fall in einer sehr guten position hier möglicherweise das game schon in die hand zu nehmen ja noch der drake wird jetzt genommen man möchte ist aber noch kontesten anscheinend auf seiten von evolution polter hätte hier das petrifying gays fertig und auch blazer ist jetzt wieder around man kriegt ein bisschen schaden vom drake percy ist aber level 3 in order hook misst der poke of somenic ist gut und man hat zumindestens vorher steeps vom drake verjagt ja das ist auch sehr riskiert den drake noch anzufangen man hat gerade weil für das mit play einige ressourcen verwendet und evolution kommt frisch aus base denke ich auf jeden fall der richtige call das hier abzubrechen und nicht weiter durchzuziehen ob denn nach wie vor sehr gute trades das match up schriftet auch erst ob die weins andere da bis dahin kann die orne ja die falls noch für sich entscheiden genau das sehen wir ja auch sehr gute kombos geht es jetzt all in mit der ultimate schönes 6 ultimatum aber auch von darin kommt hier nochmal hat allerdings kein tp mehr und muss jetzt mit dem hp stand entweder bleiben und hoffen dass er überleben kann oder base gehen und die ganze wave wenn ich noch mehr verlieren also keine einfach so zu sehr schön ja und bleibt hier einfach seine linie treu sozusagen lässt sich nicht beirren egal was in den reingepickt wird midori mit der nächsten starken landing phase und dem nächsten solo bolo jetzt sehr sehr gute position für ihn die wave ist gecrasht er kriegt zwei platings plus den solo kill das panzer pusht von der ding weg der kein tp kein flash hat und trades aber noch eine ganze weile verliert das sieht sehr sehr gut aus allerdings ja ist die der orne wahrscheinlich im vergleich zu der xaja nicht ganz so einflussreich dann mit dem gold nichtsdestotrotz aber sehr schön gemacht auf jeden fall nächster jetzt für die evolution hat kein mitleiner hier sepp gegen den drake von booker percy sollte aufpassen der wird gleich einfach gehockt und ist tot er wird gehockt und mal schauen aber auch tot ist der erste dash der zweite dash zumindest ist er safe aber ja aber nochmal sehr greedy da im vision clearing erster drake also wieder für die nicht ganz so früh wie im letzten game aber auch wenn es noch mal kurz knapp weil ich glaube zu 80 hp ungefähr dadurch die jinx rocket kann man durch den ersten weg auch hier sich dann ähnlich wie im letzten game da war es ein cloud kriegt aber man kriegt kein damit von sap sie drauf haben percy hat einfach schwierigkeiten definitiv also diese karten seiten der karte sind wir auf mir genau gegenteilig diebs gewinnt bot lane sehr sehr hart und nimmt jetzt hier die platings während oben der orne im vorteil das und in die kamel jetzt gut behind gebracht hat ja allerdings wahrscheinlich ist dort die gesagt die xaja der champion der deutlich eher das game carried als der orne und von daher muss percy definitiv aufpassen hat sich jetzt öfter mal gucken lassen an positionen wo das nicht passieren sollte ja aber wir haben schon von valentine das schwieriges matchup das ist definitiv richtig können wir ihnen hier zugute halten aber richtig man hat den raken geförst wird man war hier also sehr und wir sind dass man damit gegen alles spielen könnte und zeit ist ein bisschen die rechnung dafür andererseits weil die kamel auch ein counterpick und ja willkommen von lux aber man hat noch kein müffig fertig deswegen reicht der laser noch nicht aber das natürlich die komo die man gegen lux erwarten kann jace ob jetzt mit der skattel richtung topseite aber da hat man sogar noch ein wort auf seiten von midori wieder ein kleiner lichtblick für evolution sind mit dem gold tatsächlich noch erhält 100 gold trotz 20 auf satschi vielen natürlich gold wieder auf dem tank oben ja der ist schon wieder 1000 gold vorne nach zehn minuten das ja ich meine zwei pettings hat er alleine schon genommen allerdings wäre das glaube ich nicht optimal gerade wenn man den turm dazu früh nimmt kann kann relativ entspannt haben was so glaube ich deutlich schwieriger ist wenn der turm noch steht also man sollte hier lieber gucken dass eine der beiden carries das gold von dem herald bekommt ja man sagt man gerade so ein bisschen auf somenic gelurkt der konnte aber für seine wie die platen take it nicht bestraft werden ja midori ignoriert er das ding auch für den demolished brock das ist nicht so der ultimative disrespekt was ist disrespekt aber das zeigt auf jeden fall dass eindeutige bord gab jetzt in dem game für die sehr stark und wieder zum wiederholten mal der todesbusch dort der erste auf der lane für evolution man weiß nicht wie man es schafft den zu vermeiden und nicht daran zu sterben ist der vierte kill jetzt schon für satschi der jetzt hier sehr gut dabei ist oh ja somenic wird angegangen aber du hast auch nicht mal ein item auf seiten von blazer natürlich auf jesup auch noch nicht also jungle brauchen wir noch so ein bisschen ja beide jungler bisher relativ ruhig in dem game wieder rennst du dir für das nächste plating hat allerdings in den bar mit gebaut was es immer deutlich schwieriger macht platings zu nehmen weil du die ganze zeit aggro bekommst nächste combo von polter und irgendwann reichts von somenic und jetzt vielleicht schon mit dem bau und der lux solo polo gegen polter dafür picken wir lux midlane da hat man die passive buffs gesehen von dem patch schöner solokiller von somenic polter hatte ich weiß nicht wo der sein flash genau verloren hat nicht so trotz hat man dort kein flash und das ganze gut gepanischt und somenic luchs der bessere ja so definitiv kann auch die ordnung abbrechen von diebs auch noch mal auf percy der ist wieder wie eine botte für das licht ist er hier angefixt vom wort schönes double binding somenic auf der lux hier lux mechanics beweist er hier aber bucker kann sich mit seinem flash denn sein hook tod vorhin nicht genutzt hat noch mal zum tor retten und geht jetzt einfach für die tp richtung bitte also somenic was er nimmt auch ein bisschen was von haben ja im jeden fall die aktivste looks auf der karte und seit langem gesehen habe ich es ein bisschen aufpassen hat kein flash aber die kalterie ist hier ist auch da ist der nauti los petrifying gays auch schön gedotts von sommer ist das ist ja gerade account gewechselt das definitiv ja genau richtigen moment wiedergekommen drei kids hier für die mittel in lux allerdings wichtiges schatt dann auch für bocker wenn du mir vor einem spiel gesagt dass das sommer nicht schafft ist eine kassio ulti zu deutschen mit dem blick nach hinten der coach penta wird ausrasten ja party feiern wahrscheinlich aber ich denke kann jedenfalls stolz sein er top laner hat die kamel jetzt die weint fertig ist allerdings so behind dass es trotzdem noch nicht so viel lustiger aussieht das sollte jetzt eigentlich langsam der punkt sein wo die anfang wieder das in ihre richtung zu reißen das ruder worten kann man jetzt wahrscheinlich gleich den turm nehmen und ja wir können mal kurz aufs gold gucken aber diese xaja ist sehr sehr weit erhält auch vergleich zu dem fetten ohren noch mal ein ganzes stück mehr gold also es habt ihr hier definitiv in der prime position das spiel zu übernehmen und jetzt natürlich auch sommernick ja polter wird hier angegangen schöner rom von dat ding aber sommernick ja kriegt ja auch kein schaden die range einfach zu groß mit beiden links mit dem feld unten und ja das sieht auch polter scheint jetzt ein bisschen mental zu gehen praktisch ja das ist natürlich dann wenn ich sehr frustrieren ich meine luft von der hat mit dem konstanten pok de die keinen coolen hat und die ganze lane und jetzt haben kam es ja für den t1 gegründet aber das wird auch sein nebenkosten man hat noch hextlich wird man hat's versucht mit einem flash über die wand wurde gestoppt ja die wand jetzt hält evolution richtig apart wobei es immer nur noch 2k sind also der goldunterschied immer noch nicht so groß ja gibt jetzt kills links und rechts ja und jetzt auch die objekte ist jetzt sie der zweite herald wird an diebs gehen die erste zwei drags hat man sich zum wiederholten mal sichern können wir haben diesmal eine cloud soul aber sie mit dem nächsten hoch gegen sich schafft es noch mal raus der laser schön geside steppt und man kommt zumindest noch heute im leben davon ja aber dass sie jetzt hier also im letzten game hat uns ja geschafft sich nach einem early defizit nochmals zurück zu kämpfen jetzt die diebs sehr sehr in einem sehr sehr starken early game dann kann sie wahrscheinlich den zweiten charge aufkommen ich weiß nicht ob man den ganzen turm bekommt aber der herald ist noch full life also möglicherweise kann man hier sogar für den early t2 in der mittleren gehen währenddessen nimmt der ding oben auch den t1 ja wobei ja man kriegt wenigstens irgendetwas zurück aber jetzt kommen auch die objekte ja ne stimmt der ist auch noch so wenig damit ja ist noch fast hat man kriegt nicht mal den turm t1 dort jetzt ist man auf 5k gold der hat hat die objekte snieser drake gespawnt in zwei minuten und das sieht jetzt hier sehr eindeutig aus im zweiten game die klyer hat jetzt zwei items fertig nach nicht mal 17 minuten während gerade alle das erste fertig gestellt haben auf seiten von evolution man sieht auch die double merks double sunroh combo hier vom wukong von kamil sehr sehr gut also wirklich unauffällig blazer gerade eine gute ulti gehabt aber auch die lilia geht hier nicht so wirklich auf in diesem game ja auch mit dem und sich eigentlich noch nicht ganz so viel vielleicht ganken will sie mit der poppy wird es etwas kontrollierter mehr farm und ja jetzt wenn sie an dem punkt ist wo sie mitspielen will ist enry botland schon sehr weit erhält und schon sehr schwierig zu töten mal gucken ob wir man will sich hier redeemen polter rennt aber ins beiniger ist schon wieder die ultimate getrocks von somini kann man trotzdem reicht es nicht schade schade twin fangs sind da genug polter jetzt aber schlängelt sich richtung tower der dinge drei screens mit seinen hochshorts und der flash von wie gewonnen und sagt sie mit dem 15 kiel sagt sie ist an stoppel wie sein team hier ja schönes player an sich von polter da konnte sich da revanchieren was sehen dass man gewonnen geht aber die ist zur stelle um ihren mitländer zu rächen und jetzt scheint man sich hier entschieden haben für den t2 zu gehen oben allerdings mit und da kommt aber leider der ort auf dem tower weiß nicht ob das die rute wahl war da kommt noch mal ein tp raus von lux aber kriegt immer noch ein lockt auf regen aber gut sagt sie mit der defensiven ultimate wird jetzt aber die fehler die machen so viel schaden laser hinterher und booker der macht hier zwar seine raketen sein rocket launch aber der kratzt hier nur das sind nicht das schmeißt hier mit watte bäuchchen praktisch auf die nur krakensleer plus ein seal das ist zu wenig und somit tradet man hier one für null ergibt man sogar noch mal für den facejack midori hat er gar keinen spaß wird permanent cc durch bindings durch mutter federn ja das ist hier wirklich ein richtig krasser stomp auf seite von deep ja eigentlich sehr sehr gut gedacht glaube ich von evolution dass man da am t2 tom vielleicht für den fight sucht aber jetzt sind auch einfach sehr behind so viele wards gehabt irgendwo ohren einfach tp aber jetzt mit blazer auch noch mal überlebt er noch mal durch sein healing auch der snipe kann gedodged werden ignite wird geshieldet von percy also execution hätte besser sein können aber die idee da zu fighten war glaube ich not bad und ja dann ist es allerdings auch nicht einfach natürlich mit dem status des portemonnaies hier jetzt wird es nur noch schwieriger man hat gerade in dem fall auch wieder sehr viele ressourcen eingesetzt und nicht so richtig was bekommen man braucht hier definitiv mindestens ein wenn ich zweimal das shut down von sap g um zurückkommen zu können nash sport jetzt in zehn sekunden die ps reset noch mal gemeinsam und wird dann auch den sich wahrscheinlich uncontested nehmen können wenn man sich dazu entscheidet auf seiten von evolution dann sollte es wahrscheinlich mit feit sein die man nicht gewinnen kann und ja dann wahrscheinlich jetzt hier denn der letzte sagt nagel über evolution kommen ja ein bisschen spät wieder aus der base hätte ich mir gewünscht dass man da noch vielleicht sogar selber angeht weil man weiß die tipps war jetzt schon lange auf der map so ein bisschen mal ein bisschen was versuchen ich glaube du bist du nämlich auf eine sünder duo die situation und nach mal sind die 1 bekommen wird dessen ist man hier aber zu viert oben und midori wird hier gecatcht werden schönes der chart von wie gewonnen wieder den night den den escape jetzt mit dem flash ist das sicher aber ja ist praktisch hier schon außen er hat doch kein tp rocket früh raus sie wird geblockt der dinge da ist noch voll das ding geht über die wand wie doch wie immer noch gesteckt kriegt vielleicht noch eine gute ordnung sie mehr raus und auch person mit einem guten quickness aber der dämmel reicht doch nicht ganz die leute sind laufen kommt der blazer doch irgendwie raten die q geht jetzt nichts die w geht jetzt nichts unter dingen mit den hochschotter blazer die nächste w nach vorne auf polter petrifying gates ins nächstes baron glaube ich der sogar geackert hat und der nautilus hier tatsächlich killt das sah gar nicht mal so schlecht aus für evolution oder fehlt das letzte bisschen ein bisschen stilwasser noch hätte vorher trinken müssen somit das ace für die sehr sehr messy der fight sehr viele verfierte skillshots aber am ende trotzdem das bessere ende für die sub g kommt mir gerade so mit seinem leben davon dass wir noch mal interessant geworden wenn ich sein schatten an die lilia abgibt aber da sind gereicht die range nicht ganz und jetzt trotzdem dann der nash auch auf fünf leute für die man gewinnt den fight und kann jetzt entweder noch für seine soul warten oder wahrscheinlich auch einfach in die base rennen und das spiel sollte dann bald vorbei sein ja also der titel verteidiger auch in der gruppenphase man hat den 11 schon gegen die game boys jetzt allerdings ja wieder erstärkt das 2 0 gegen evolution mal schauen was sie dann gegen 72 machen aber ich glaube der ist 2 0 reicht schon für den schritt in die playoffs ja wäre das das erste man ja erst mal auf die andere gruppe das erste 2 0 in dieser gruppe würde damit ein bisschen den den trend unterbrechen aber die strategie ist wahrscheinlich relativ da zu zeigen dass sie sehr sehr viele pics beherrschen gutes drafting hier haben ja der der luxe aber hat ja auch sehr gut gespielt auf jeden fall somit ja positiv überrascht wie gestern die seraphin auf der anderen seite auch der draft wieder sehr sehr schwierig habe es angesprochen blazer auf der lilia polter auf der auf der casio man will erst so ein bisschen an dem festhalten was man schon getroffen hat sieht das funktioniert nicht und schmeißt dann komplett alles übermaufen und irgendwie ist man noch auf der suche nach 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 style den einpasst ja was man auf jeden fall gefunden hat ist der top denn also scheint hier zu gut sein und hat auch jetzt bisher in jedem game gut funktioniert also da muss man denke ich nicht verändern aber ja ansonsten kann man definitiv einfachere sachen spielen das ist richtig jetzt ja kann man hier allerdings alleine auf der top dann wird hier früher oder später auf den t2 bekommen aber ich denke bevor es dazu kommt ist erstmal die base von evolution und beschuss das die kombo die eigentlich gerade xerat hätte bauen sollen man sieht hier den unterschied da ding noch mal ein bisschen rumgesmackt aber ja mal schauen der siege weiterhin live durch noch einen relativ guten wave clear mit kasio man sieht auch auf dem luxe laser der cooldown quasi nicht vorhanden also das gleich wieder da ab die old man kann das ganze noch mal machen das ist der erste nächste tun und jetzt mal mit einem tp von orn jetzt mal ein bisschen kreativer aber das wurde gespottet orn orn wird gerufen wie gewonnen wird jetzt hier so ein bisschen opfern drowsy hinterher lieb auf sommer nick aber sagt hier so gefiedert ein kind hat man jetzt bekommen mich jetzt locker gut von percy aber wo ist der david booker was war leider nur der klon von jace auf denen da so ein bisschen bewusst hat das ding jetzt einfach mit dem speck tp 2 aufgeladen zack texte ultimate mit daher ob das letzte beziehungsweise damit hier dann auch mal für das ding und ja das ding holt man sich hier auf 2 0 für diebs gegen evolution an diesem zweiten spiel ja sehr relativ eindeutiges zweites game dann am ende mit oder nicht nur trotz sondern wegen des luxe picks hier auch noch mal sehr gute bei sommer nick aber eigentlich alle mit einer sehr starken performance top lane midori so ein bisschen tragisch dass er zweimal hintereinander die länge gewinnt und dann nicht wirklich was machen jetzt ist tatsächlich noch nicht vorbei wie es aussieht man zieht sich noch mal zurück kann nächstes noch nicht beenden und sie ein bisschen überschätzt das schon groß angekündigt na gut kann dann muss man sich wahrscheinlich noch einmal kurz die zunehmen und dann soll es aber wirklich gewesen ja ja das scheint hier die devise sein bleibt nicht das war ein control über dem man einfach über gehüpft ist der laser combo und selbst das reicht noch nicht für den one shot gegen blazer da ist natürlich mit dem monik ein bisschen helft geht jetzt auch richtung yak show also er so eine off user ja man kann sich auch ich habe schon wie es gesehen oder das item bild mit radiant das wird sie wahrscheinlich nicht aber können wir auch machen midori kriegt jetzt mit t1 er hat das shutdown auf dem t1 bekommen ja aber das hilft jetzt natürlich nicht dabei die base verteidigen wenn deine frontline und engage tot ist also sollte man sie eigentlich eigentlich in der lage sein denke ich das ganze innerhalb der nächsten minute zu beenden schlechter von wegen und polter mit dem jasma aber es war sehr sehr vorne vielleicht jetzt in hot shot von der dingen wie gewonnen mit dem ok gegen die tower ruine da kommt der engage polter hat noch mal dass sie rad spielt aber es nützt alles nichts schöner hoch noch mal gegen bucker der absolut gar keinen spaß hat auf der dinge seit minuten 1 der dinge hexte ich mich darum auf dem v und jetzt hat man ja spaß triple kill für sapchi leider kein penta dadurch hat das ding schon kill genommen es wird der quad war nein auch somit für sapchi in diesem game und somit das 20 dann ein bisschen verspätet ja ein kleines bisschen länger gedauert als es vielleicht hätte sein müssen aber nichtsdestotrotz hat es am ausgang nichts geändert relativ eindeutiges zweites spiel von deeps gerade angefangen in der bot lane in dem tuto dem deathbush da unten auf der lane hat man percy mehrmals abholen können und hat man das ganze auch gut gesnobot und eigentlich nicht wirklich eine chance gegeben das nochmal weg zu werfen aber das erste 2 zu 0 in der gruppe bm int ist so also den ebenfalls zwei gruppe 2 ok in der gruppe ja ihr wisst was ich meine ja das sind ja so dann würde ich sagen fragen wir mal interviews an mach mal so wo sind denn hier die leute wie polter hat er mich hat er mich gelöscht based in polter already friends ganz schnell raus hier o p int bocker habe ich auch noch nicht bocker sagt er würde schreibt im twitchit wieder kann ich mal ein bisschen durchwechseln da aber wenn mir lieber so sorry yo kannst mich ziehen sorry rückwärts jag my bad oder niklas ja dann ziehe ich da erstmal den guten jag ja freue ich mich was war das denn haben wir jetzt als soundboard sein nein das ist bei mir auf dem discord und man kann ja mit nitro jetzt ein machen und dass es auch noch gespielt wird hallo ja ich habe auch eigentlich nur da für mir er hat sein brain lag einfach hier als eingangssound das ist sehr nice jetzt war ich kurz mal geschockt wow ja also ähm erste game bisschen early game gestruggelt er hatte Probleme auf der map äh xera hat da sehr gut an kills gekommen durch seine snipes wie war es da ähm hat euch das überrascht dass evolution habt ihr gestern die evolution games verfolgt wusstet ihr was man da spielt auf der anderen seite wir haben es uns nochmal draft technisch angeschaut weil xera hat uns jetzt nicht unbedingt überrascht und mit unserer comp war auch eigentlich klar dass selbst wenn er ahead ist äh wir da auf jeden fall tools gegen haben mit dem jargon vor allem der ja irgendwie immer drauf gekommen ist trotz poppy und allem aber ja war nicht so das problem für uns ja game nummer 1 wurde ja die kaiser gegen dich gebannt game nummer 2 die caitlin und du hast dir die ganze Zeit gedacht joa xera it is äh wie war da was da für dich für adc beziehungsweise aktuell in der meta ich denke dass äh xera ein adc ist der momentan halt fein ist aber in ähm competitive halt sehr sehr viel value mitbringt gerade wegen der ult dass man halt einfach den ein kann dass man irgendwie schnell rausgenommen wird deswegen äh war einfach klare xera prä von mir ich bin auch sowieso most confident auf xera und kaiser und deswegen mit den äh changers jetzt bei statics und allem aber hab ich einfach die xera mal gefühlt passt auch bei uns im team besser und ja man hat ja gesehen dass sie ganz gut gelaufen ist ja auf jeden fall äh erstes game natürlich aber trotzdem wie gesagt early game ein bisschen shaky top lane auch äh der counterpick der da gesolo bolot wird äh was war dann so eure calls dass das early game äh nicht so lief hattet ihr trotzdem noch das hope und habt ihr ja sehr viele drags aufgenommen ja wir haben uns dann einfach auf die drags fokussiert äh unser top laner hat jetzt auch schon länger ja nicht mehr gespielt der gute jannik war ja auch auf der gamescom und ja da haben wir halt einfach geschaut dass wir mit den objectives halt spielen können wurde dann ja auch zu unserem glück eine hexex hole die nochmal sehr sehr geholfen hat jeden fall und ja wenn wir dann scalen dürfen und dominik der ein insanees erstes game gemacht hat gerade so ein game macht so das beste game das ich bisher zu ihm gesehen habe glaube ich äh nein nein der six game war halt schon insane da hat er der hat uns basically durchs early game komplett durchgetragen im zweiten game auch aber ja ja zweite game war ja auch sehr gut von euch da dieser deathbush vorne hat euch der der rakan first pick überrascht äh dass da ja so ein bisschen vielleicht disrespektvoll gegen euch umgegangen wird also ihr habt ja sehr sehr viel work auf der bottom gemacht ja gut äh rakan war jetzt kein plan eigentlich von uns zu picken äh deswegen und äh wenn jemand rakan dann als b1 nimmt und wir dann mit nazaya plus nautilus antworten können dann nehmen wir das jeden tag es ist einfach eine lane die meiner Meinung nach ultra stark ist und sehr sehr früh für kills schauen kann ja jetzt hast du unterschieden äh gegen ähm die äh gamer boys dann äh das der sieg heute jetzt geht es nur noch gegen 72 die ja gestern auch 1-1 gegen evolution gespielt haben also eigentlich seid ihr da auch Favorit und Titelverteidiger sowieso äh wie sieht es aus diese internals schwieriger als letzte beziehungsweise wer kann euch dann auch gefährlich werden in der soft-in-gruppe in soft-in-gruppe ich glaube uns kann eigentlich keiner mehr gefährlich werden wir sollten das wieder mitnehmen können okay wenn wir gegen gameboys nicht nochmal so choken dann später was sagt ihr zu den äh supernovas die ja jetzt aus der in-gruppe in die soft-in-gruppe gekommen sind ach äh huh nice okay sehr gute antwort dann äh dann äh würde ich sagen wünsche ich dir noch äh einen schönen Abend grüßes Team und wir sehen uns dann in dem letzten Gruppenspiel beziehungsweise sehen wir uns dann ja wahrscheinlich schon in den Playoffs wieder ne ja hoffentlich und danke fürs Carsten gerne gerne ciao 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 ja Markus jetzt habe ich dich übergangen aber du meldest dich wenn du Fragen hast ich ja ja ich melde mich wenn ich Fragen hab so dann ziehen wir doch nochmal den guten äh Ben Booker zu uns müssen wir wieder ein bisschen weiter runter scrollen hier jetzt musst du auch jedes Mal dazu sagen oder ja auf jeden Fall okay es nervt gebt euch mal Mühe dass sie mal nicht so weit runter scrollen musstest eigentlich bei mir ja das soll jetzt Motivation für Evolution sein dass sie mal hier aufräumen dass sie mal höher kommen hallo Ben ja so schnell spricht man sich wieder ja einen wunderschönen guten Abend ja gestern hast du ja schon so ein bisschen im Interview auch äh interessante Dinge gesagt zum Beispiel über den Varus dass ihr da den Lead hattet äh du sehr sehr viel auf dich genommen hast äh diesmal habt ihr ja fast einen ähnlichen Draft gehabt wie gestern nur die Poppy ausgetauscht wahrscheinlich als Reaktion auf den Javan Oben äh ja Midori einfach ein Ohren-Gigant geworden äh wie warst du heute im Draft für Game Nummer 1 ja wir haben ein bisschen sehr weit von dem abgewichen was wir uns eigentlich vorgenommen hatten okay da wir ein bisschen adaptieren mussten ich hab's glaube ich diesmal einfach nicht ganz so gut gelesen wie ich das sonst manchmal mache mhm passiert ja ansonsten äh Early Game war ja trotzdem sehr sehr gut im Game Nummer 1 also alles was ihr da contestet habt ging ganz gut aus ja Drakes habt ihr abgegeben was dann äh nicht so gut lief ansonsten äh was war das Problem dann diesen Early Game Leads durchzuhalten und äh ja das auch in einem Game Win zu funktionieren dieser Triple Kill wenn ich das wüsste hätten wir heute gewonnen also das ist actually jetzt gerade mhm ich glaube wir haben heute alle einen sehr sehr gebrauchten Tag gehabt mhm und nach Game 1 war Team Mental auch sehr sehr down ah ok das wäre auch eine Frage gewesen weil jetzt auch sehr viele Leute schon wahrscheinlich schnell raus waren ähm ja dann würde ich dich gar nicht mal so lange mehr ähm hier foltern ähm folter ist das nicht nein nur äh ja diese Bands würde ich doch nochmal auffragen gerade gegen die Xaya dass die dann nochmal eine Caitlyn dann anstatt für der Kaiser der fast bekrackern äh was war da so die Gedanken gerade gegen diese Botnam weil die hat euch ja dann schon im zweiten Game auch für Probleme gesorgt da mit diesem Busch immer wieder der Fred Nautilus kann da euch da weggucken ja ich glaube wir hätten einfach ein Enchanta spielen müssen und dann einfach wirklich hinstehen müssen weil das hat für mich sehr gut funktioniert da im Fall mitzuhalten mhm trotz der Pressure ja ist alles aber auch ein bisschen sehr unlucky gewesen in dem einen Fight äh fehlen mir 10 AD für den Kill mhm das ist dann auch sehr unlucky aber passiert solche Games gibt's und äh ich muss auch einfach sagen Diebs hat heute einfach eine sehr krasse Teamleistung abgeliefert ja denke ich auch auf jeden Fall und dann nicht umsonst der Titelverteidiger ja jetzt habt ihr natürlich trotzdem noch äh alles in der eigenen Hand ihr habt noch ein Spiel gegen äh die Game Boys und da haben wir schon gehört die werden wieder würfeln anscheinend äh das könnt ihr euch natürlich zugute kommen äh ja wie geht ihr jetzt um so nach dem Mental Problem denkst du da kommt ihr wieder jetzt auf die richtige Spur könnt ihr das auch wieder so schnell abhacken wie ihr es jetzt leider dann negativ bekommen habt hoffe es also wir werden da morgen noch mal in Ruhe drüber sprechen wir hatten da jetzt glaube ich heute einfach nicht mehr den Kopf für mhm da wird morgen drüber geredet da wird geguckt und dann wird man sehen was passiert okay ja Markus hast du noch Fragen an den guten Ben? ne ich hab äh nein keine Moment Fragen ich will noch einmal schöne Grüße und große Lob an deinen Top-Liner aussprechen du kannst ihn gerne ausrechnen der zwei Games hintereinander on auf zwei pickt blind pickt und trotz Counter pickt dann die Lane gewinnt und Solo-Kids bekommt also auf jeden Fall nicht der Typ ist ein absoluter Psychopath das ist in der Regel in der Regel ganz hilfreich eigentlich wenn man wenn man Top-Liner spielt also ja definitiv denke ich nicht aber vielleicht auch gerade im ersten Game also es war halt dann der eine Drake-Fight aber nein ansonsten habe ich keine weiteren Fragen wünsche euch viel Glück dann morgen bei eurem dritten Spiel hintereinander ja ist ja auch relativ harte Sketche hier und Serat Varus vielleicht ist es nicht ja ich muss da vielleicht noch was überdenken selber so ein Schafen so ein Nautilus mal selber ja wir müssen da mal vielleicht so ein paar Sachen überdenken perfekt uns noch mal so ein bisschen sammeln gut wenn irgendwas ist fragt uns ruhig tja vielleicht noch mal die Trickkiste aufmachen perfekt gut dann äh ja wünsche ich euch auch noch schöne Abend Ben ja ich wünsche euch auch und danke für Gast gerne danke danke ja Markus macht absolut wie immer Bock mit dir zwei Games diesmal durchgezogen ähm ja auch sehr entertained erstes Game sehr hin und her das zweite war dann äh ja sehr deutlich trotzdem Gold weil es auch nie so wirklich weit vorne tatsächlich irgendwie ja ähm aber ich glaube da hat man zweimal auch schon im Draft die Nase vorn gehabt und bin gespannt was wir da noch von Diebs erwarten können denn für mich auf jeden Fall die Konkurrenz äh ich bin ja ein Teil Supernova ich darf natürlich da nur Gutes sagen über mein als Team aber ich glaube da die Playoffs da bin ich jetzt auch schon ich glaube die Gruppen das hat ja die Gruppe schon gezeigt also die Teams sind hier sehr sehr nah beieinander vielleicht Infinity der Ausreiste nach unten natürlich aber ansonsten äh erwarten uns noch einige Banger Matches hier in den Tornals ja also Diebs gerade jetzt nachdem äh Jagd ist auch nochmal gesagt dass sie davon ausgehen dass sie zu gewinnen denke ich auf jeden Fall dann das Team2Beat äh in der Software-Gruppe und ähm ja bin gespannt ob Supernovas das machen kann oder ob ein anderes Team äh zeigen den den Thron ihn ablusten kann aber ja fürs Erste sieht das natürlich jetzt sehr sehr gut aus Playoffs heute glaube ich relativ safe sind durch das 2-0 da ja hier die ganze Zeit unentschieden gespielt wird und ähm kann man das letzte Game mit Gruppengame sozusagen noch genießen ähm geradebei läuft Safety auf den letzten Platz ja hab ich das hab ich das gesagt ähm ich seh grad hier Multichat falls ihr noch Bock auf Mongas oder Codenames könnt ihr euch da gerne melden wobei das war vor 30 Minuten könnt ihr mal gucken ob die da nicht ansonsten wünsch ich euch noch einen wundervollen Abend ähm lasst gerne mal ein Like da ein Follow vorhin eine erste Nachricht gesehen vom guten Tyron Gnom oder so hieß er ja Tyron Gnom ja grüß ich gerne unserem Disco Fallern ich schick kurz mal den Link rein wir sind bei YouTube Uncut da sind ja nochmal alle VODs wir verlieren hier nichts auch wenn ihr nochmal Bock habt ey außer vor zwei Jahren da war ein Cast schon so geil guck da mal rein wir verlieren nur die WOTs wenn ich mein Spiel gewinne dann ist auf einmal der WOT nicht mehr auffindbar hinterher aber ansonsten ansonsten gibt's die in der Regel ach das tut mir so leid ey das war auch ein geiles Spiel man ich erinnere mich davor als wenn ich es gestern wäre naja happens er hatte ja noch lange Haare also ist schon sehr lange her richtig so genau ewig ist es her ewig dann Würfel für Würfel VOD bei Max Steam wo ja K6 Abuse jetzt hab ich gesehen dass Riot ja gesagt hat er war voll overpowered also Mario vielleicht sollst du ein bisschen weniger die Community hier ja ein bisschen weniger cheaten und so aber ja das soll es von uns gewesen sein wir wünschen euch noch einen schönen Abend Markus hat die letzten Worte wir raiden euch noch irgendwo hin ja und ja ich glaube morgen vielleicht kriegen wir da wieder einen Kass hin morgen bin ich definitiv erstmal raus ja ich denke es steht aber schon Kass an der auch schon vergeben ist an guten Johannes und Dennis da freue ich mich auch schon drauf und das ist die Partie 72 gegen Diebs also das letzte Gruppenspiel hier ja genau ansonsten vermeiden das da auch kann ich alle einen schönen Abend wünschen macht's gut und ja hoffentlich bis zum nächsten Mal am Morgen wenn wir beide glaube ich dann mal eine Pause machen jetzt haben wir jetzt zwei Tag hinter mir gecastet aber es gibt hier genug andere fähige Caster die dann spielt es in ein paar der Videos vor euch da sind und noch eine Menge Internals vor uns und danach natürlich dann auch wieder freilich sobald das wieder los geht also ja ist gut und wiedersehen Lawmaker ist er noch bei Inchport anscheinend nicht der heißt hier MPC Lawmaker dann schließe ich den mal war noch bei Demon Inchport ich bin mir nicht sicher erscheint dann raus okay verbiebst hier auch nicht von uns ja bleiben eigentlich nur noch die epischen Dudes damit meine ich nicht Diebs sondern die Orga viel Spaß ich bin Counter-Strike guter Name nochmal danke euch auch an Dustin hey ich hab dich heute nur gelobt gerade der Lux-Pick wurde hier nur gelobt eigentlich nur gelobt eigentlich mach's gut ciao ready nee die Epictus geht un�리 go hey heart fe go Untertitelung des ZDF, 2020